hi leute das ist mein zweites video auf meinem kanal heute habe ich mir mal gedacht gehe ich zum teffeln über das feld und drehe halt ein bisschen so wie ich mein neuen longboard fahre und ja das werde ich euch heute einfach mal zeigen und viel spaß beim video so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.